Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal G8N. Ich bin gerade unterwegs, wollte euch trotzdem ein neues Video bereitstellen und ich möchte euch gerne eine Anlage vorstellen, an der ich mitarbeiten durfte. Da sind ein paar besondere Einstellungen und das wollte ich euch jetzt gerade mal zeigen. Was ist jetzt hier die Ausgangssituation? Wir haben ein ganz normales dreiphasisches Stromnetz, so wie es in Deutschland üblich ist. Der Einfachheit halber habe ich das jetzt hier mal nur mit einer einfachen AC-Verkabelung dargestellt und die Verbraucher durch die Steckdosen simuliert. Vor ungefähr 10 Jahren wurde dann eine 6,4 kWp große Solaranlage installiert, die einen SMA Sunny Wechselrichter hat. Jetzt haben wir die Situation gehabt, dass natürlich der Solarstrom, der produziert worden ist, in dem Moment möglich war, selbst im Haus zu verbrauchen. Alles, was nicht verbraucht wurde, wurde eingespeist. Wenn keine Sonne geschienen hat oder die Solarproduktion nicht ausgereicht hat, musste natürlich Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen werden. Jetzt bestand die Aufgabe darin, den Eigenverbrauch natürlich zu optimieren, also auch nachts den Strom von der Solaranlage nutzen zu können. Um dies zu erreichen, wurde ein Victron Speichersystem installiert. Damit das Victron Speichersystem natürlich Auskunft über alle Verbräuche im Haus hat, musste ein zusätzlicher Zähler installiert werden. Dieser Zähler übermittelt alle Daten an den Zerbo GX. Dieser Zerbo GX wiederum steuert den Multi Plus 2 48 5000 in diesem Fall. Zusätzlich ist natürlich noch eine Batterie von Nöten. Damit war es möglich, den überschüssigen Solarstrom aus dem Tag in der Batterie zwischenzuspeichern und in den Nachtstunden zu verbrauchen. Da die Solarstromproduktion den gestiegenen Stromverbrauchsanforderungen nicht mehr gewachsen war, war es nun von Nöten, eine zusätzliche Solaranlage zu installieren. Dies ist natürlich besonders sinnvoll, das direkt auf der Gleichstromseite, also auf der DC-Seite zu machen. Hierzu wurde zusätzlich ca. 7 kWp installiert. Im Herbst und im Frühjahr haben wir jetzt die Situation, dass die Gesamtanlage genügend Strom produziert, um den Eigenverbrauch tags sowie nachts zu decken. Im Winter reicht natürlich die Solarproduktion nicht komplett aus, um den Eigenbedarf zu decken. Es müssen jedoch nur wenige Kilowattstunden aus dem öffentlichen Netz nachgekauft werden. Die alte Anlage ist natürlich angemeldet und für diese gibt es knapp 15 Cent Einspeisevergütung. Die neue Anlage hingegen würde nur 7,5 Cent Einspeisevergütung bekommen, da die Gesamtanlage über 10 kWp ist. Um diese zusätzlichen 7,5 Cent Einspeisevergütung für die neue Anlage zu bekommen, ist eine recht aufwendige Zählerinstallation seitens des Netzbetreibers notwendig. Außerdem reicht der vorhandene Platzzählerschrank für diese Installation nicht aus. Dieser hätte also ausgetauscht werden müssen. Zusätzlich wären weitere Kosten für die Zählermiete sowie für die Abrechnung fällig gewesen. Eine andere Möglichkeit ist eine sogenannte Differenzberechnung. Hier würde der eingespeiste Strom über beide Anlagen entsprechend ihrer Leistung aufgeteilt werden. Das ist aber wenig sinnvoll, da ja zum Beispiel dann auch der Eigenverbrauch von der alten Anlage abgezogen wird. Und deswegen ist die neue Anlage ohne Einspeisevergütung und die darf nicht einspeisen. Die steht also auf nicht einspeisen. Das kann ich euch hier auch zeigen. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Einspeisung für die DC gekoppelten Solaranlage ausgeschaltet. Ein kleiner Hinweis noch. Diese Einstellung hier oben für die AC gekoppelten Anlagen bezieht sich nur auf Anlagen, die am Ausgang des MultiPlus angeschlossen sind. Nicht für Anlagen, die auf der Eingangsseite des Victron angeschlossen sind. Typischerweise ist es nun so, dass natürlich von seitens der Victron-Regelung und das ist auch der effektivste Weg im Normalfall, die AC gekoppelten Anlagen natürlich für die AC-Verbraucher in erster Linie benutzt werden und die Anlage, die DC gekoppelt ist, natürlich für DC-Verbraucher bzw. für das Laden der Batterie herangezogen wird. So wie ihr das jetzt hier auch sehen könnt. Genauso ist es bei allen anderen Anbietern. Das ist also überall gleich. Wir wollen jetzt natürlich den Effekt erzielen, dass die AC gekoppelte Anlage nach Möglichkeit zu 100% einspeist und die DC gekoppelte Anlage unser Haus und den Eigenverbrauch bedient, zumindest während der Sommermonate. Um dies nun entsprechend einstellen zu können, benötigten wir natürlich noch das genaue Wissen darüber, wie viel Strom die AC gekoppelte Anlage aktuell produziert. In diesem Fall konnte ich den SMA-Wechselrichter auf die aktuelle Firmware-Version updaten und diese wird vom Victron nativ unterstützt. Genauso wäre es möglich, einen zusätzlichen Stromzähler wie den EM24 oder auch zum Beispiel einen Celli einzubinden und an den Ausgang des AC-Wechselrichters anzuschließen. Nun haben wir alle elektrischen Voraussetzungen erfüllt. Jetzt brauchen wir jediglich noch den Victron entsprechend konfigurieren. Leider geht das nicht mit den Standardeinstellungen und wir brauchen ein sogenanntes Venus OS Large. Dieses kann man auf dem CERBO GX einfach installieren. Da es sehr viele Videos darüber gibt, wie man das tut, spare ich mir jetzt mal die Details. Nachdem das Venus OS aktiviert worden ist, das habe ich hier schon gemacht, und dann kann man halt hier über, wenn man das jetzt mal Tab öffnet, dann sieht man das, dann entstehen hier eine neue Karre. Das ist No Thread. So in dem ersten Flow haben wir hier ein paar Forecast-Geschichten, und deswegen gibt es hier auch dieses Dashboard. Bloß da wollte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie wir das einstellen können, dass die alte Anlage zu 100% einspeist. Und zwar holen wir uns den PV-Inverter hierher. Per Doppelklick können wir den dann auswählen, wenn wir mehrere haben. In dem Fall haben wir nur den einen Sunny und wir möchten die Maxime oder die Leistung haben, die er gerade produziert. Dann nehmen wir unser ESS-System. Halt, ich wollte nicht abfragen, sondern ich möchte dem ESS-System einen Wert übergeben. ESS-Control wäre das dann in dem Fall. Wo ist es? ESS-Control. Hier wählen wir die ESS-Setting aus. Und da haben wir schon den Grid-Point. Hier gibt es noch mehr auszuwählen. Den Grid-Set-Point wählen wir uns aus. So. Jetzt müssen wir den positiven Watt-Wert, den wir hier von dem Wechselrichter bekommen, natürlich noch umrechnen in einen negativen Wert für den Netzausgangspunkt. Also Grid-Set-Point ist der Netzausgangspunkt, der Zählerpunkt in unserem System. So, das heißt, wir brauchen hier noch eine Skalierungs-Note dazu. Wo ist sie? Da, die packen wir hier in die Mitte. Und hier sagen wir dann von 1 bis 6500 Watt. Und das soll entsprechend umgerechnet werden nach minus 1 bis minus 6500. Fertig. So, dann müssen wir die nur noch verbinden. Und wenn ich jetzt auf Übernehmen und Deploy gehe, wird es aktiv werden. Nur um euch das nochmal hier zu zeigen. Die alte Anlage produziert gerade 2150 Watt. 1700 Watt werden aber nur eingespeist. Da 380, 390 Watt das Haus verbraucht aktuell. So, und in dem Moment, wo wir jetzt sagen Übernehmen. Ja, jetzt meckere ich mich hier nochmal an, dass es Nodes gibt. Das ist egal. Das kriegt ihr nicht, wenn ihr nur das habt. Da sind hier in dem alten Flow noch Fehler drin. Deswegen. So, jetzt ist es aktiv. Und wenn wir jetzt auf unser System gucken. Ich drücke hier oben nochmal Refresh. Da ist der Refresh dann einen Moment schneller. Na komm. Diese Fehlermeldung, die ihr hier gerade gesehen habt, ist deswegen, weil ich hier über Mobilfunknetz verbunden bin. So, und jetzt seht ihr hier schon, die alte Anlage produziert 2160 Watt und 2100, jetzt sind es 73, 70. Hier seht ihr aber im Prinzip das, was die alte Anlage produziert, wird zu 100% eingespeist. Diese kleinen minimalen Abstände, die wir hier sehen, ist einfach dadurch bedingt, dass natürlich die Daten vom Zerbo erstmal zum VRM-Portal transferiert werden müssen und hier wieder aufbearbeitet werden müssen zur Anzeige. Wenn man sich das Ganze direkt auf der Konsole anschaut, dann sieht man, dass das deutlich dichter aneinander funktioniert. Den ganz kleinen Versatz hat man drin, aber das ist wirklich sehr minimal. So, und damit haben wir das schon gelöst, dass die alte Anlage im Sommer zu 100% einspeist, die neue Anlage im Sommer unser Haus und E-Auto zu 100% versorgt und für die Übergangszeit und im Winter schalten wir das natürlich wieder ab, weil dann brauchen wir beide Anlagen, die unser Haus und das E-Auto versorgen. Ja, und so einfach kann es sein. Die alte Anlage versorgt, oder die alte Anlage darf zu 100% einspeisen, die neue Anlage tut während der Sommermonate unser E-Auto laden und natürlich das Haus mit Strom versorgen. Und in den Wintermonaten schalten wir diese Regelung natürlich wieder ab, weil dann brauchen wir für die Wärmepumpe, auch in der Übergangszeit brauchen wir für die Wärmepumpe etc. natürlich wesentlich mehr Strom. Und dann haben wir hier einen super Wirkungsgrad und denke auch von der Einspeisevergütung und von den Erträgen her eine Anlage, die sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch damit auf ein paar Ideen bringen, wie ihr das vielleicht bei euch bauen könnt. Und meines Erachtens nach ist tatsächlich das Victron-System das einzigste System, was das in der Form so bietet, da die Software eben wirklich Open Source ist, da man hier wirklich selbst an das System ran kann und diverse Einstellungen machen kann, beziehungsweise das System, das schon von Haus aus mitbringt, muss man ja sagen. Also ich habe hier keinen extra Raspberry und keine zusätzliche Haussteuerung oder Ähnliches, die hier noch mit dazu arbeiten muss, sondern das ist alles komplett auf dem Zerbo installiert. Und damit haben wir eine recht gute Situation hier geschaffen. So, ich freue mich auf eure Ideen, die ihr vielleicht umgesetzt habt. Ab damit in die Kommentare. Vielleicht habt ihr Fragen oder ein paar Sachen, die ich euch noch zeigen kann für andere Spezialkonfigurationen. Damit natürlich auch genauso ab in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen und ich freue mich schon auf das nächste Video, was ich euch präsentieren kann.